Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario World 2 Yoshi's Island für den Super Nintendo. Im letzten Part haben wir Welt 3 nahezu abgeschlossen. Fehlt nur noch, äh, wie heißt sie? Audrey. Audreys Festung. Äh, Audrey ist ein cooler Boss, weil, ähm, man kann ihn sehr schnell besiegen. Und ich hab's zwar noch nie, äh, ja, da war was. Äh, ich hab's zwar noch nie selbst gemacht, aber ich schau mal, ob ich euch das trotzdem zeigen kann, weil schwierig ist es eigentlich nicht. Na, 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 na. So. Ne, das bringt nichts. Okay. Gut, dann gehen wir hier durch. So. So. Weichen dem, äh, Fisch. Oder was auch immer das sein soll aus. So. Leider kann ich die hier nicht in Eier verwandeln, dass ich ein bisschen schade finde, aber gut. So. Folgen wir dem hier. Ist zwar ein bisschen langsam, aber na, was soll's. So. So. Denn hier haben wir eine rote Münze. So. Und da wir ja alle brauchen, müssen wir natürlich auch die mitnehmen. So, dann gehen wir erstmal hier runter. Äh, ne, da war nichts. Hier war aber was. Hier war nochmal zwei. So. Plus doch irgendwo war hier was. Ähm, ist an sich auch ganz gut dadurch gekennzeichnet, dass wir hier wieder hochkommen. Und, äh, hier hinten nicht. Hier können wir versuchen, wie wir wollen. Äh, da schaffen wir es nicht wieder hoch. So. Äh, okay. Hier kommen wir durch. Hier kommen wir durch. Hier kommen wir durch. Gut. So. Hier haben wir noch eine kurze Unterrichtsstunde. Ähm, in der uns, ja, erklärt wird, dass, äh, das Eier auch auf dem Wasser abspringen können. Äh, wenn man sie im richtigen Winkel schießt. So. Ähm, wir hätten natürlich genauso gut ins Wasser springen können. Ähm, wir wären auch wieder rausgekommen. Aber hey, was soll's. So. Nummer eins. Und, ah, das war zu früh. Nummer zwei. Äh, spät. Mano. Dann halt nicht. Puh, mir doch egal. Ich weiß, wir kommen hier wieder raus. Von daher, ähm, das Spiel hat zum Glück keine Gamebreaker drin. So. Also zumindest nicht bei solchen Sachen. Kann ja sein, dass man versehentlich runterfällt, ne. Da muss man ja wieder rauskommen können. So. So. Okay. Ach, hier war auch einer gewesen. Na gut. So. So. Na komm. So. Geht doch. So. Okay. Und raus hier. So. Okay. Man schafft's halt wirklich nicht, ähm, bei der Schräge gegen den Strom anzukämpfen. Läuft einfach mal nicht. Ey, 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 ey. So. Let me durch. Let me through. Ich bin Arzt. Let me through, I'm Doktor. So. Und Props an jeden, äh, der jetzt im Kopf gefragt hat, Dr. Who. Genau. Na komm. Mann. So. So. Drei. Wups. Nein. Ey. Ey, 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 ey. Jo. Und, danke schön. Eins, zwei, drei. Vielen Dank. So. Äh, dann ist das hier oben. Genau. Ich habe den Weg. Gib mal her deine, deine Geschosse. Ja. so in rot schießt er immer nur eine ja na gut ein ding da kommt recht mir ok runter hier runter hier runter mit hier runter aber hier erst mal noch nach links na komm so den dann weg so dankeschön sehr freundlich sehr freundlich und reicht immer rüber zu springen mit dem sechsten wäre glaube ich ganz unten aber wir müssen ja nur einmal rüber springen können das reicht vollkommen so wollen wir die hier mitnehmen dann jacke na shit das war so klar das war kacke aber ich müsste an die sterne noch ankommen so drei vier fünf und sechs so machen wir uns hier noch drei rote vier rote so eins zwei drei vier fünf nach mist hat recht so leider nicht schade so so man oh jetzt aber ok ups ok ok ups ok so nochmal 2 3 4 5 6 ich kann immer noch nicht durch was bei der meinung bei 6 könnte ich dann auch locker durch ach man scheiße komm schon meine fresse ich stelle mich aber auch gerade echt scheiße an so meine güte aber weiß ich doch eigentlich dass es hier später noch was gibt ich wollte halt nur schon mal vorsorgen naja war ne scheißidee weiß ich jetzt so ne 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 mein freund ne 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 ganz ehrlich scheiße ich jetzt gerade mal drauf sekunde erstmal hier 1 6 er verdammt ja das wird nichts jedenfalls nichts ordentliches und gerade echt viel scheiße böse 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 okay dann wollen wir hier einmal da oben erwischen okay auf jeden fall habe ich was blumen und münzen angeht alles sehr schön na komm spuck ihn in die blumen rein da danke sehr wie noch irgendwo versteckte wolke haben wir nicht na gut dann muss ich voll den hier einsetzen mir ist auch egal meine fresse wozu habe ich die teile so okay dann geht es jetzt erst mal runter wo wir nichts gegen machen können wäre hier noch was gewesen die sterne okay so hier müssen wir jetzt ganz genau landen und zwar hier und dann können wir was was du fiesling audrey abschießen bevor sie irgendetwas machen kann ja wir müssen die ersten beiden von diesen rächen sag ich mal von diesen kreisen auf denen wir stehen können da müssen wir drauf stehen bleiben sobald wir weiter gehen beginnt der tatsächliche bosskampf und dann können wir auch so abschießen wir haben die 100 prozent das ist sehr sehr schön so muss das sein du musst halt aussehen so äh uns fehlen jetzt hier noch die ersten beiden ne ja okay dann machen wir auch direkt komm was solls du ist da nicht wahr affenterror so yay okay ich weiß grad nicht mehr äh ich weiß mir hat hier äh ne rote gefehlt und ähm was hat mir hier noch gefehlt ähm Sterne rote Münze und ein paar Sterne haben gefehlt ach komm das riecht doch so so okay ach komm schon da haben wir ne rote sehr gut ich glaub aber die rote die mir gefehlt hat ähm ähm es müsste eine gewesen sein die von einem Shy Guy getragen wird hab ich zumindest grade so im Kopf aber sicherheitshalber hier nochmal schauen ne so ist nix ey so okay so okay ähm hier links ging's ja glaube ich nur zu Extra Lives wenn ich das richtig im Kopf hab ich aber trotzdem mal hin weil warum nicht einfach noch mal auf dem maß sicher gehen das sind extra lives ok sollte es gewesen sein genau aber hey warum nicht wird jetzt nicht gesammelt hat ein bisschen zeit was ich da dabei verbraucht habe naja ich sag mal drauf geschissen so perfekt ich bin mir auch leider nicht mehr sicher wo genau hier roten münzen alle waren deswegen lieber an zu vielen stellen testen als an zu wenigen meine meinung dazu ok nicht egal ok so wunderbar So, ok. So. ich bin jetzt schon wieder durch okay okay dann habe ich nichts gesagt was war das jetzt wow ok 115 leben 115 leben so der hier war es glaube ich ne ne dann war es der hier oben ja ok so ups ey ups nichts weiter ja ok sehr schön dx lustig bevor sie groß werden, das wusste ich selber nicht mal. So, weg mit dir. Okay. Moment. Ah, das wäre ein Stern, wenn wir ihn bräuchten. Finde ich gut. Und dass das ein Stern war, das ähm... Ist, äh... Zumindest... What the... Scheiße. Ich dachte, der wirft ja links. Ach, komm schon, ey. Wie stelle ich mich denn hier gerade an? Mann. Dass das ein Stern gewesen wäre. Ähm... Kann man an sich daran erkennen, dass Gegner normalerweise keinen Münzen fallen lassen? Also keinen normalen Münzen, weil das ist so ziemlich das Unwichtigste im Spiel. Und jetzt können wir es ja noch gleich sehen. Hm. Und jetzt können wir es ja noch gleich sehen. Hm. Wie ich gesagt habe. Denn ich bemühe mich, meistens euch nicht anzulügen. Ich weiß schon wieder nicht, ob hier noch eine rote Münze war. Wow. Ne, es war nicht. Gut. Dann nicht. So. Komm, schmeiß runter, das Ding. So. Perfekt. So. Auch schön. So. Okay. Und lass mich hier durch. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Okay. Okay. Und lass mich hier durch. Immer noch fünf Münzen, die wir brauchen und eine Blume. Na gut. Noch vier Münzen. Schade, die Affen kriege ich nicht weg. Na gut. Dann halt nicht. So. Okay. Sehr schön. Ne, 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 ne. Das Problem ist, ich darf jetzt hier schon wieder einen Sternbonus nutzen, aber ich habe genug davon. Von daher scheiß drauf. So. Gut. Sehr gut. Damit haben wir die jetzt auch auf 100%. Schön. Da fehlt noch die 3.2. Da hatten uns fünf rote Münzen gefehlt. Aber die machen wir dann erst in der nächsten Folge. Sonst wird das hier ein bisschen lang. Das heißt, in der nächsten Folge dann auf der 3.2 die, ähm, die 100%. Und dann machen wir die Bonus-Stage von der 3. Welt. Und dann machen wir die Bonus-Stage von der 3. Welt. So.